Hallo, hier ist Muho. Heute geht es weiter mit den Gesprächen zwischen einem 14-Jährigen und seinem Kater, der auf den Namen Penetri hört. Und heute geht es um die Frage, wer eigentlich die Bedeutung der Sprache bestimmt. Wer entscheidet, was die Worte und Sätze, die wir verwenden, wirklich bedeuten. Und wann jemand ein Wort oder eine Redewendung im falschen Sinn verwendet. In der Sprachwissenschaft unterscheidet man zwischen der normativen Linguistik und der deskriptiven Linguistik. Deskriptive Linguistik ist die Wissenschaft, die beschreibt, wie wir tatsächlich sprechen. Und die normative Linguistik ist die Wissenschaft, die uns vorschreibt, wie man richtig korrekt zu sprechen hat. Also der Unterschied zwischen einer Beschreibung und einer Vorschrift. Und um Vorschriften zu machen, muss man natürlich erstmal wissen, wie tatsächlich gesprochen wird. Das heißt, die normative Linguistik beruht auf der deskriptiven Linguistik. Wir müssen erstmal wissen, wie wir sprechen, damit wir auch Vorschriften machen können, wie man zu sprechen hat. Das bedeutet natürlich nicht, dass alles, was gesagt wird, automatisch richtig ist. Dann bräuchten wir ja die normative Linguistik gar nicht, sondern es gibt manche Äußerungen, die als falsch verstanden werden. Warum ist das so? Wieso ist die Frage, über die der 14-Jährige mit seinem Kater diskutiert? Wieso ist nicht alles, was gesagt wird, automatisch richtig? Und wie kommt es, dass, obwohl es zum Beispiel auch im Deutschen so lange eine Rechtschreibung gibt, sich die Rechtschreibung ändert? Wieso kommt es, dass, was vor 100 Jahren oder 200 Jahren korrektes Deutsch war, heute nicht mehr als korrektes Deutsch gilt? Wie kommt es, dass, was falsch war, heute nicht mehr falsch ist? Wer bestimmt das? Sind das Mehrheitsentscheidungen, die da gefällt werden? Oder ist es umgekehrt eine Entscheidung, die von oben nach unten per Gerichtsbeschluss gefällt werden kann? Auf japanisch wird da das Beispiel einer Redewendung diskutiert, die heißt, mit Mitleid hilfst du deinem Mitmenschen nicht. Und deren Bedeutung sich so um 180 Grad geändert hat. Die beiden haben noch ein zweites Beispiel im ersten Gespräch diktiert, das ich nicht übersetzt habe, weil mir nichts Gutes dafür an Ei gefallen ist. Das japanische, der japanische Ausdruck ist Ki, Kiga Okenaishito, wo sich die Bedeutung geändert hat von jemand, dem man nicht vertrauen kann. Oder die heutige Bedeutung. Heute wird diese Redewendung verwendet als jemand, dem man nicht vertrauen kann. Aber ursprünglich war die Bedeutung dieser Redewendung jemand, bei dem man keinen Grund hat, ihm nicht zu vertrauen. Also jemand, dem man hundertprozentig vertrauen kann. Und heute ist es, viele Japaner verwenden heute denselben, dieselbe Redewendung, denselben Ausdruck in genau der umgekehrten Bedeutung. Wie kommt das? Und wann wird die falsche Verwendung des Ausdrucks zur richtigen Verwendung? Was muss sich ändern? Und welches Recht hat dann ein Rechtschreibe-Experte, ein Sprachwissenschaftler, dann immer noch zu behaupten, wenn sich die neue Redewendung schon durchgesetzt hat? Wann und warum hat ein Sprachwissenschaftler das Recht zu sagen, dass das eigentlich doch die falsche Verwendung ist? Also das ist etwas, worüber sich auch die Sprachphilosophie schon lange den Kopf zerbrochen hat und die Linguistik. Ich persönlich, ich erinnere mich daran, dass ich, als ich an der Oberstufe war, also Mitte der 80er, da hatte ich eine Deutschlehrerin, die auch sehr philosophisch angehaucht war, und die zu meinem, ja, Unwohlsein ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, ja, zu meiner Überraschung, oder, naja, die halt häufiger die Redewendung verwende, das macht keinen Sinn, oder das macht Sinn. Und, äh, ich war da einfach nicht daran gewöhnt. Also für mich hatten Dinge Sinn, oder etwas kann einen Sinn ergeben, aber Was soll das heißen? Es macht Sinn. Und, ähm, es kann sein, dass das einfach nur ein Anglizismus war, obwohl es mich überraschen würde, denn eine Deutschlehrerin sollte eigentlich, ja, ein Auge und Ohr für Anglizismen haben, und, äh, darauf achten, dass sie nicht selber weiterverbreitet. Ich habe sie jetzt nie genau darauf angesprochen, warum sie jetzt auf dieser Ausdrucksweise bestand, dass Dinge einen Sinn machen. Ähm, offenbar wird auch heute jetzt, nach dem Jahr 2000, das noch im Internet diskutiert, ob man das sagen soll und darf, dass Dinge einen Sinn machen. Und, ja, der gemeinsame Nenner unter den, äh, Leuten, die sich glauben auszukennen, scheint zu sein, dass, dass kein gutes Deutsch ist, aber sich umgangssprachlich, äh, durchgesetzt hat, beziehungsweise dabei ist, sich durchzusetzen, ähm, aber eben ursprünglich aus dem Englischen kommt. Obwohl es offenbar schon im 18. Jahrhundert oder so Lessing irgendwann mal verwendet hat. Also es ist nicht so, äh, dass es die Ausdrucksweise gar nicht gäbe im alten Deutschen, aber es ist doch wohl korrekt zu sagen, dass die Dinge Sinn machen oder einen Sinn ergeben. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass besonders bei, ja, studierten Germanisten, wenn sie trotzdem, äh, sagen, dass etwas einen Sinn macht, das mit Absicht tun. Ähm, warum? Ähm, was ich interessant finde, wenn man jetzt die deutsche Sprache und die englische Sprache, äh, vergleicht, ist, dass wir im Deutschen vom Sinn des Lebens sprechen und uns nach dem Sinn des Lebens fragen. Welchen Sinn hat das Leben? Komischerweise macht es im Englischen keinen Sinn, wenn man fragt, what is the sense of life? Man fragt im Englischen nach dem Meaning of life, also auf Deutsch sozusagen gesagt, die Bedeutung des Lebens. Was im Deutschen wiederum wenig Sinn ergibt, zumindest habe ich das noch nicht gehört, dass sich jemand nach der Bedeutung seines Lebens gefragt hätte. Wir fragen im Deutschen nach dem Sinn des Lebens, während sich die Angelsachsen nach dem Meaning of life fragen. Und, äh, unter den Philosophen war es nun Frege, der sich vor, äh, über 100 Jahren nach der Unterscheidung von Sinn und Bedeutung gefragt hat und, äh, gesagt hat, ähm, wenn man behauptet, dass der Morgenstern derselbe Stern ist wie der Abendstern, dann haben der Morgenstern und der Abendstern dieselbe Bedeutung. Und zwar ist das der Planet Venus. Da die Bedeutung der beiden Wörter dieselbe ist, ist der Satz richtig. Der Satz sagt etwas anderes als, der Satz sagt aber trotzdem etwas anderes als der Planet Venus, ist identisch mit dem Planeten Venus. Also wer sagt, der Morgenstern und der Abendstern sind derselbe Stern? Er hat damit einen anderen Sinn im Sinn. Er denkt sich etwas anderes als einfach nur zu sagen, die Venus ist die Venus. Ähm, er will damit keine Trivialität sagen. Und, äh, Frege behauptet, das liegt daran, dass der Morgenstern und der Abendstern zwar dieselbe Bedeutung haben, das heißt, auf dasselbe Objekt zeigen, aber der Sinn ist ein anderer. Sie zeigen auf eine andere Weise. Der Morgenstern meint, das ist das, dieser Stern, den du morgens sehen kannst. Äh, wo kannst du ihn sehen? Im Osten. Den Abendstern wirst du zu der Tageszeit in der Himmelsrichtung nicht sehen. Den Abendstern, wenn du den sehen willst, dann musst du abends gucken, und zwar nach Westen. Ähm, insofern unterscheidet sich der Sinn der beiden Worte und der Sinn eines Wortes wiederum unterscheidet sich von der Bedeutung. Äh, so ist es auch bei den Sätzen, behauptet Frege. Der Sinn eines Satzes ist das, was man sich denkt. Der Sinn ist sozusagen im Satz enthalten, während die Bedeutung der Tatsache entspricht, auf die der Satz zeigt oder den der Satz repräsentiert. Man könnte also salopp sagen, dass die Bedeutung außerhalb des Satzes liegt und der Sinn innerhalb. Und so könnte man auch über den Sinn des Lebens nachdenken. Wenn wir nach dem Sinn des Lebens suchen, dann glauben wir damit, dass das Leben bereits den Sinn in sich trägt. Und dass man nun danach suchen muss, um ihn im Leben zu finden. Und es gibt diesen berühmten Satz von Viktor Frankl, dass es nicht du bist, der nach dem Sinn des Lebens zu fragen hat, sondern umgekehrt ist es das Leben, das dich nach dem Sinn fragt. Der Sinn des Lebens ist nicht etwas, was wir vom Leben zu erwarten haben, also nicht etwas, was sich irgendwo im Leben in der Tiefe versteckt, sondern etwas, was wir dem Leben geben müssen. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb die Angelsachsen nicht nach einem Sense of Life fragen, sondern a meaning of life. etwas, was man dem Leben geben kann. Und vielleicht auch deshalb der Grund, weshalb meine Deutschlehrerin vor über 30 Jahren darauf bestand, dass manche Dinge einen Sinn machen oder nicht machen. Es ging ihr also nicht darum, auf dem Anglizismus zu bestehen, einfach nur, ja, weil sie sich für sprachgewandt oder was weiß ich, weltoffen hielt oder darstellen wollte, sondern vielleicht ging es ihr auch um diesen philosophischen Punkt, dass manchmal der Sinn der Dinge oder auch zum Beispiel des Lebens nicht in ihnen verborgen liegt oder dass er sich auch nicht ergibt, so wie das Resultat, die Summe einer Addition sich aus den verschiedenen Nummern, aus den verschiedenen Zahlen gibt, die man addiert und am Ende ergibt sich dann ein Resultat, sondern Sinn kann unter Umständen auch etwas sein, was man einer Sache gibt oder macht. Also Viktor Frankl sogenannte kopernikanische Wende bei der Frage nach dem Sinn des Lebens Das könnte man ja auch so formulieren. Frage nicht, welchen Sinn dein Leben hat, sondern frage dich, welchen Sinn dein Leben macht. Und wenn es keinen Sinn macht, an wem liegt das? Liegt es vielleicht daran, dass du deinem Leben keinen Sinn gibst? Das heißt, dass du nicht deinen Teil dazu tust, um das Sinnmachen des Lebens erstmal zu ermöglichen? Okay, soviel von meiner Seite. Mit dem heutigen zwei Gesprächen endet der erste Teil des Buches. Es gibt noch zwei weitere Teile, die ich dann bald, vielleicht schon morgen, hochladen werde. Viel Spaß mit dem heutigen Teil und mit der Frage, wer bestimmt welche Bedeutung die Wörter haben und was ist überhaupt die Bedeutung eines Wortes und wie unterscheidet sich die Bedeutung vom Sinn und wie ist das mit dem Leben? Wer bestimmt eigentlich den Sinn des Lebens? Wer oder was gibt dem Leben seine Bedeutung oder seinen Sinn? Okay, bis morgen würde ich sagen, wenn ich die Zeit habe, wenn ich die Zeit finde und ich werde mein Bestes tun, sie zu finden. Tschüss!